Wird Ihnen präsentiert von Dein Messestand. Angebote für Messebau. Hier ist das Akthermsystem, das ist eine Zuschlagstoffheizung. Mit der Zuschlagstoffheizung blasen wir 120 Grad heiße Luft in die Silos ein. Diese Silos stehen meistens in den Betonwerken. Das heißt, dort, wo die Produkte hergestellt werden, Pflastersteine, Rohre und so weiter und so fort. Dort wird dieser Zuschlag in den Beton eingebracht, Steine, Kies und so weiter und so fort. Das wird dann aufgeheizt im Winter, wenn dort Eis entstehen kann. Oder im Sommer, wenn es zu warm ist für die Zuschlagstoffe, können wir das auch ganz runterkühlen. Das ist ein ganz großer Vorteil für die Betonhersteller.